So, wir haben auf jeden Fall schon mal das Jahr 2009 erreicht und jetzt sind wir im Jahr 2015. Schönes Ding. Feine... Auuu Udva, bau dich irgendwo rein! Denkeblieb Komm mal hier runter in den Schnee erstmal Wo ist hinter dir? Ja ganz toll Ich weiß nicht, du musst das Wort umfassen. Jawoll! Unfall, komm mal hier rein! Was war denn das für ein rotes Ding hinter dir? Unfall, komm mal hier rein jetzt, schnell! Au, 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 au! Ich bin nur am sterben, Alter! Bummer über uns war's! Reicht schon, reicht schon, wie kann ich irgendwo rutschen? Naja, ich sage bloß. Oh, das glatt ist doch. Diamante! Ah, schau sie mal ab. Ich muss erst mal... Oh, Diamanten! Diamanten! Mein Gott! Da... Gold! Dieter, wir bleiben ein bisschen besser, dann brauchst du den Schöne Platz vom Knarre und dann ist gut. Ja, dafür brauche ich noch mal Gold. Vor allem Uthwa... Ich nehme jetzt bei mir eine Stunde und 13, also eher gesagt fast 14 Minuten auf und war bei 53 Minuten bei einer Distanz von 230. Also es geht auf jeden Fall gut voran. Oh, oh! Oh! Du kannst denn denn bisschen Steine, Alter! Was geht denn ab? Oh, oh! Ja, hallo, echt mal... Egal, Gold finde ich in Höfen! Ja klar, ne, wenn der Distanz zunimmt, dann kriegst du auch mehr Ressourcen für Findest du halt mehr Ja, mir fehlen trotzdem noch Pardier, Mann Ich findest du auch noch Ich bräuchte da Platz da Och du alter Knochen, hau ab Aber ich hab in der Grube zu Platz da gefunden Boah Ähm, okay Hey Ochi Ja Ich hab heute ein Brötchen angerufen, aber das war mir leh Du bist ja Ich bin ganz schlauer Da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll Alter, was ist mit meinem Bauch los? Jetzt, schweig du halt Oh, ich hab Gold gefunden und das ist grad ein Schwänisch Alter Alter So wir wissen Auf jeden Fall, gut, kommen wir voran, Leute Läuft gut Gold, 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 Gold Alter, eins, zwei, drei Oh, ey, 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 ey Eins Zwei 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 Vier Drei Vier Soll ich dir was dazu gegeben? Ich find so viel Geld Also nicht, okay Gold Geld Gold, Diamanten Ja, ne klar Ich hab 8 Diamanten Alter, wie ist viel, man 12, nicht schlecht Weg damit Ja, ich bin zu weit von euch entfernt Ich weiß ja schon, wie ich hier behängt habe Wenn ich zurückkomme Hat jemand von euch Platz zu haben? Ja, ich Wie viel? Wie gesagt, ich wollte dir was geben, aber du hörst mir nicht zu Ja Ja Ja, weil ich gerade nach oben die Diamanten abbaue Ich bin auf jeden Fall in der Eiswüste Mann, warte doch mal vor uns, du Tully Naja, ich bin unten, also jetzt Ich baue mich gerade unten lang Es ist ja sowieso gerade nachts Hast du den Diamanten da unten? Ich will dich raus Oh, jetzt noch mal Diamanten Ich hab selbst genug Diamanten Ich hab selbst genug Diamanten Was haben wir brauchen, was machen wir doch Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich statt Diamanten und die ganze scheiß Kohle Oh, cool Platz, dann brauchst du denn die Tür Dass ich mir eine Platz-Done-Maffe machen kann Ja, hat's selbstverständlich auch was gemacht? Nee, meine Diamanten-Spitzacke hat Nein gesagt Ich hab auch keine Stiggis mehr, ich hab auch kein Holz gar nicht Ich hab auch keine Stiggis mehr, ich hab auch kein Holz gar nicht Ich hab auch keine Stiggis mehr, ich hab auch kein Holz gar nicht Ja, ich hab ja noch ein bisschen heiß Auf jeden Fall hab ich schon mal Annähernd 2200 Diamant-Munition und zwar Anzack Porta aufgeloht Ich hab immer noch 1600 Gold Kissings 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 Ja, da warnt ich halt ja, ne? Also, wie schaut's aus? Einen? Ja, ne Scheiße Ich sag mal, jetzt hab ich noch eine Noch eine Das klingt sowieso nicht Hey? Hey 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 Ja? Kannst du mal ein Diamanten geben? Nein, Moment Oh Scheiße Fuck Ich hab schon das für einen zu geben Ich geb dir dafür fünf Platz für das erste Mal Ja Danke Ah Na gut Na gut Hab ich genug Ich brauche noch eine Äh Äh Redstone Und dann bin ich glücklich Redstone? Der Platz Oh Mann Roter Felspolis Ich baue für dich auf der Kanzlei Ich glaube ich mach mir jetzt Ich glaube ich mach mir jetzt Oh ich bleib verstehen, bleib verstehen, bleib verstehen, bleib verstehen Weib verstehen Weißt du? Die ganze Zeit schreibt hier kein Abgrund und wenn du mal bestimmt beschäftigt, dann müssen die alle an Ja klar, ist immer so So ist nichts, was ich mir jetzt mache, ist mit Plotts und Waffe So hast du gefloppt, so Fünf hab ich Wie viel brauch ich für ne Waffe? Hä, ich hab fünf Ich hab die doch schon fünf gegeben Ich hab jetzt fünf Platz, so Hä, ich hab die ganze neben dir abgebaut Wo ist das bitte hin? Okay, das geht's Was denn? Irgendwie in Albtraum verloren Was hast du verloren? In Albtraum Danke So, wie mache ich mir jetzt so ne Waffe? Hast du genug? Äh, ich hab Oder ist das für ne Spitzhaggers für ne Plotts und Spitzhaggers Ja Ich hab ja ne Waffe Und die neue Waffe Na ist Drachal Geh weg Usurb Ja, du bist das Grunde gefällt. Wie höchste Plattform hast du? 18 Und hier haben sie den Rest. Mist, scheiße. Was mache ich jetzt? So, und was kann ich mir jetzt für eine Maske tun? Was ist denn am besten eine Shotgun? Eine Maschine dann? Josh, ich will auf die AK. Ich will auf die AK. Was soll ich denn nehmen? Na, Gewehr kann ich noch nicht machen. Wäre gut, wenn ich mich schnell entscheiden würde, ich würde gerne weiter gehen. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich eine Shotgun nehmen erstmal? Nee, Gewehr ist am besten. Ja, ich kann mir aber noch kein Ge... Flops, don't riffle, ne? Ja. Ja. Uh, ich muss jetzt mal gucken, ob ich mir Munizieren machen kann. Und Gold, Diamanten. Gold habe ich, Diamanten habe ich auch noch. Hole habe ich auch. Und wie mache ich damit hier? Was ist die Goldhöhe? Da ist nicht so Diamanten. Mist, scheiße. Ich hab mich getroffen. Fuck. Ich glaube, so wie du es gesagt hast, sollte es gehen. Ich will doch, ne? Ja. Ich bin nämlich nicht so voll, du Scheißtor. Okay, passt. Okay, die Feuer kann man weiter? Willst du zu Yoshi? Ja, wir können gerne weiter. Weil Yoshi ist ja eigentlich sehr warm. Ich versuche mich mal irgendwie rauszuklettern. Ja. Ja, hier sind Diamanten. Ich versuche mich mal auf. Ich versuche mich mal auf.